Sind Sie alle gut? Hallo! Kleine Monster kriegen wir schnell hin... Alter... wie viel Winter Lightnessứcests... Wir... Müssen glaube ich auch noch keine Untersuchung abschließen Jai! Hei 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 Jetzt können wir uns das Lager endlich holen. Ah, da brauchen wir Tritzi. Ah, wir müssen mal Tritzi machen, okay. Gut, gut. Okay, da haben wir jetzt nichts gerade Wichtiges, okay. Äh, da gehen wir nochmal ganz kurz hoch und dann holen wir uns Objekte und hoffe, dass ich nicht sterbe dabei. Ich komme hier schon in den Schwitz, wenn ich dran denke. Ich denke, wir tun Upgraden jetzt auf Leben, Waffen, Scheiß auf Gift, ich glaube Leben wird uns hier schon helfen. Okay, wir haben schon gegessen. Jesus Christ. Puh. Alter, wir haben keine Tränke mehr. Gut. Puh. 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 Schüssch. Das liegt ja gut. so schmitz 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 das liegt aber daran dass hauptsächlich warme hier in der wohnung ist ich warte bis die über mir wieder hot style pumpen hier ist ja wieder deren Uhrzeit so oft auf dem weg auf dem weg nach vatania city so ein großes monster ein habt ihr das gesehen man war das fett ich glaube unser target ist wahrscheinlich hier hinten warum haben wir so wenig leben da müssen wir tatsächlich ein bisschen aufpassen oh man da ist er ich kann ja nicht besser anfangen hier wau zum arsch der welt reißen hier sagen ich muss eigentlich aufpassen jetzt ich habe ein problem er hat mich verfehlt kommt die auf hatte der angriff mich getroffen hätte der angriff mich jetzt gerade getroffen wäre ich sowas von tot gewesen aber wirklich nicht mal nicht mal close oder so ich wäre halt wirklich einfach dead weil der beruf ist als google man kann das ungefähr gleichsetzen auf den level von anja dash deswegen das versuche ich jetzt schon ein bisschen lieber leben um zu halten man weiß ja nie lebung könnte irgendwann nochmal kicken auch ich hätte auch rollen sollen ähm animation kannst du mal 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 wenn ich glaube ich mehr lieber die gyros rüstung hätte wahrscheinlich nicht, oh Gott, oh, Stichkapsen habe ich schon noch Boah, Junge, hältst du viel aus Oh, wir sollen aufpassen Kritischer Zustand Aufpassen Wenn wir hier eine gyros rüstung kriegen, ist es super, also es wäre super Weil wir ja Reißzähne Einen kriege ich noch Einen Reißzahn haben wir noch gekriegt Jetzt brauchen wir noch einen Reißzahn Da, bewurscht Monsterknochen L, okay Da gibt ja Monsterknochen L, bin ich ehrlich, sieht nicht danach aus Oh ey, unser Blitzkäfer 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 Blitzkäfig Zungprescher Ist fast Level 5 Das heißt, wir können dann Blitzkäfer 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 Blitzkäfige Beschwören Meine Güte Boah Junge Blitzkäfer Ist leider useless gegen die Drachenähltesten, aber egal Also, die Fallen sind dann useless Abstübe vom Stadtmayer die Fall freischalten ah ja es ist wieder diese art von quest wo man keine nicht das kriegt was man braucht eis müssen die reis zähne und da können wir dieser rom tau quest annehmen und dann einfach das sind einfach erledigen das war eigentlich zum verwässern okay was wir noch nicht kennen ja uns wird ein reißzahn geht's batman jetzt eigentlich eine büros ausrüstung für die katze nee nur die hauptsätze schade so ein schönes pestdoktor outfit für die katze wäre geil gewesen vielleicht ein paar ja wie gesagt wir nehmen erst mal die dings quest an die hier wie wir sagen wir siegen 14 ok gehen wir hin wir machen bloß einen kurzen exkurs zum gyrus lager lager und tüten da ganz kurz gyrus bis wir den reißzahn haben und dann machen wir die käfer platt dann machen wir die nachen kaktin quest ach so war der nachen kaktin quest gutes stichwort wir müssen die andere box lernen dann machen wir die nachen kaktin quest da haben wir nämlich eine größere ernte box wenn wir das abgeschlossen haben dann kriegen wir können wir versuchen können wir versuchen rathian zu machen klingt nach dem plan weil da können wir nämlich spitzkäfer anbauen wir brauchen nämlich spitzkäfer jeder weg meine nase läuft schon wieder ich habe keine taschentücher hier der müsste jetzt durch jetzt geht's go jetzt geht's go Let's go! Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt einen Reißzahn bekommt. Fuck you! Jesus! Was macht der Gyros da? Irgendwie Dinge. Ich krieg rauchenweise Lederhaut. Komm, einen Reißzahn. Mehr nicht. Schuppe. Ah, dankeschön. Geht doch. Danke, danke. So, dann können wir uns um unsere Main-Dings kümmern. Und zwar die hier. Ich glaub, das reicht sogar, unsere Versuchung abzuschließen, ne? Krass. Es gibt nichts Spannendes zu sagen bei dieser Quest. Es sind halt einfach, ne? Wir machen Gyros und dann machen wir diese komischen Käfer. Es ist halt nichts Spannendes hier. Es gibt jetzt auch nichts Großes irgendwie zu erwarten. Hier gibt's kein großes Monster. Wo man jetzt sagen könnte, okay, können wir mal kurz machen. Hier gibt's gar nichts. Nur ein paar von diesen Käfer. Und das war's. So, jetzt brauchen wir Nummer 4. Oh nein. Ein Käfer hat mich getroffen. Hilfe. Ich fühle mich in Bedrängnis. Ich glaube, ich weine gleich. Da haben wir den Spinn. Skawantel. Mhm. Mhm. Ich hab genau dazwischen... Nice. Gut. Fertig. Mehr ist halt wirklich nix bei dieser Quest, ne? Das ist halt wirklich... Lame. Das ist lame. Das ist halt wirklich nix bei dieser Säge. Das ist halt wirklich nix bei dieser Säge. Das ist halt wirklich nix bei dieser Säge. Das stimmt, deshalb lass mich nicht nix bei dieser Säge. Und das war's. Das ist halt kein Säge. Okay.